DIA! 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 Echt? 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 Dias! Dias! Komm her! Komm her! Pua! Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultra Hardcore Battle! Wuuuh! Ja, das mit dem World Border hat sich geklärt. Ja man, Alter, das war ja richtig übertrieben, Digga. So gut, ähm, wir bauen jetzt einfach... Ich mach mal zweimal in einer Folge, das ist schon hart. Achso, halt, ich wollte ja was craften eigentlich. Ja. Sorry, Bro. Also ich bin hier in einem riesigen Kiesbäd. Zuck, zuck, zuck. So, und ich such immer noch Gold. So, ich mach mal zwei, okay? Zwei was? Ich mach mal zwei Spitzhaken, jetzt hab ich ja keine Ahnung, doch. Jo, mach das mal. So, verarbeiten. Also wir bauen uns jetzt hier auf dieser Höhe einfach in die Richtung weg vom World Border auf jeden Fall. Zack. Gut, das dürfte auf jeden Fall erstmal reichen. So, wir brauchen unbedingt Gold, Mann. Kommst du dann bitte mit den ganzen Sachen nach unten? Jo, mach ich hilf's. Kein Bock nochmal von dem World Border erdrückt zu werden. Ja. Und hier. Achso, soll ich die Dinger auch abbauen? Ja, okay. Ja, ja, bitte, alles mitnehmen. Jo, mach ich. Bin on my way to the top. So. Zack. War da grad ein Name oder bin ich besoffen? Nee, okay, gut. Ich bin besoffen. Ja, wahrscheinlich. Bau ab. Bau ab die Scheiße. Ich hab Kohle gefunden. Ich dachte schon, yeah! Und dann so, oh. Wuhu, Kohle, wuhu! Ja. Okay, so, zack. Die Öfen hab ich auch. Ah, es geht recht schnell mit dem Leben verlieren, also. Ja. Nein, also ich mein jetzt auch bei den anderen. Also wir sind ja echt, wir sind ja dumm over 9000, weißt du, aber... Ja, gut, Weiß hat nur ein Leben mehr als ich, also. Ja, und ich hab die wenigsten. Ja, gut. Hab ich gesagt. Kannst ja mal weiter den Gang machen schonmal. Wo denn? Einfach geradeaus durch weiter runter. Nein, nein, nein. Nein. Guck mal, die Treppe. In welche Richtung geht die denn? Ach so, hier. Ja, dann buddel ich mal hier, wa? Aber vorsichtig, ne? Ja, ja klar. Immer doch. Und wenn einer irgendwas findet, buddelt er das ab und der andere baut schon mal weiter. Okay. Ich hab dich auch lieb. Ups. Leg die da hin. Echt? Der andere kann ja nochmal in die andere Richtung gucken. Ich hab Zombies. Woah. Da musst du aufpassen, hier ist überall Keyes über uns. Woah. 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 Also, wo der Zombie ist, weiß ich nicht. Ich buddel mich einfach mal ein bisschen in die Richtung hier. Gibt's überhaupt Gold hier? Ich weiß gar nicht. Gibt's da auch wieder so eine Regel? Ab welcher Höhe? Wo steht hier? Oben ist Kohle, aber... Ja, Kohle brauchen wir eigentlich nicht. Meine Kacke hier mit dem Keyes. Du musst einfach eine Fackel drunter setzen. Also, ich hab gelernt, ich geh jetzt nicht mehr... So schnell bin ich aber nicht. Ich werde jetzt nicht mehr nah an dich rangehen. Hahaha. Halt deine Schnauze. Okay, Namen gibt's hier auch noch nicht. Also, ich geh jetzt mal ein Stück nach unten, oder? Ja, mach mal weiter. Immer so ein Stück nach unten. Wir sind jetzt auf Höhe 24, also... Ja, 23. Ich kann da nochmal gucken. Vielleicht ist bei der Kohle noch irgendwas gewesen. Also, ich hör echt einen Zombie. Ich hab Eisen gefunden. Das ist gut, das ist gut. Naja... Wir haben doch... Oh, Entschuldigung. Da kam er einfach raus, ey. Das ist... So was passiert, Freunde. So was passiert. Das Eisen brauchen wir ja immer noch für die Rüstung und so. Das ist ja das Wichtigste. Ich glaub, ich komm mit dem Zombie näher. Wir brauchen eigentlich gerade die Kohle ab. Wir brauchen keine Kohle. Wir fixen. Ich kann schon hier hinter mir Kohle abbauen. Jo, mach ich. Ich bin auf dem Weg. Jo... Freunde. Die guten Unterhaltung. Das wird aber übrigens für alle noch einmal... Das wird eine schnelle, relativ schnelle Folge. Ja, Spoiler doch. Ist okay. Nicht Folge. Hier Staffel wahrscheinlich. Ja, komm, die haben das... Die haben das doch eh verstanden mit dem Leben. Dann müssen wir ja gucken, wie lange wir durchhalten, ne? Ja, vor allem wir zwei. Außerdem, die Kohle ist ja ganz gut wegen Enchanting und so. Ich will schon Enchanting. Ja gut, was wir vielleicht später noch machen sollten. Echt mal überlegen, ob wir echt in Nater gehen. Aber... Das können wir ja noch spontan. Ich brauche eine neue Spielzeige, Rudi. Ja. Hä, was machst du denn? Ich brauche doch einfach den Ding ins Table hier hin. Ach so, ja. Den Crafting Table. Stimmt, den habe ich ja. Haha. Entschuldigung. Hallo. Hallo. So. Also, hier ist auf jeden Fall eine Höhle bei uns in der Nähe. Boah, ich hasse, das wird so unsortiertisch, Digga. Ja, Mann. Kenn ich, Digga. Kenn ich, Digga. So, zack. Machen wir gleich zwei... Also, wir sind jetzt Höhe 17. Zack, 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 zack. Ich höre Lava, ich höre Lava. Nö, das ist ja schon mal nicht schlecht. Nö, aber ich buddel mich jetzt nicht weiter nach unten, ich buddel mich jetzt nach links und rechts und such Gold. Mach doch einfach, sei doch nicht so ein Schisser. Ne, ich will Gold finden, ohne Witz jetzt. Ja schon, das war auch nur ein Spaß, Mann. Missgeburt. Versteh das doch. Also, wir haben zwei Optionen, Diamanten oder Gold. Nein, wir haben drei Optionen. Diamanten, Gold oder Sterben. In der Hölle ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher, dass wir verrecken. Ach, Quatsch, wieder nicht. Wir sind super. Wir sind Team Topra Toffe. Team Topra Schussel, ja. Topra Schussel, ja. Halalala. Der buddel noch mal links und rechts immer so drei Blöcke rein, so. Ja, okay. Und dann immer so zwei, drei Blöcke Abstand, so nach links und rechts. Vielleicht finden wir dadurch mehr. Also, ich will auf jeden Fall Gold finden, das regt mich grad richtig auf. Ah, ihr stripped mine, das ist verboten. Hier ist Erde. Oh ja, gut. Ja, mit Erde habe ich gute Erfahrungen gemacht. Echt? Okay. Ja, da haben wir nämlich letztes Mal bei dem Dingens, äh, bei diesem Suga haben wir Shuggi, bei Shuggi haben wir dadurch Diamanten gefunden. Ja, okay, das ist gut. Ich habe halt einfach den ganzen Dreck abgebaut und irgendwo waren dann Diamanten. Ich glaube, wir sind, wir sind auch noch auf einer relativ in Ordnung Höhe. Wahrscheinlich in Höhe, ja. In Ordnung noch. In Ordnung, n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Diggi, wie kannst du noch? Bleib bloß weg von mir. Ich tu dir nur weh. Ich tu dir weh. Ich tu deiner Mutter weh. Ey. Jetzt haben wir mal gut. Okay, hier ist nichts. Schade. Hier ist schon auch nichts. Ach komm, buddeln wir uns hier noch ein. Zack, 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 zack. Ich hab hier mal ein Loch gebuddelt und schmeiß mal hier alles weg. Eisen. Nice, nice. Good job, good job, Nigga. Nigga, 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 Nigga. Nigga, Nigga, Nigga. Oh, bitte. Ja, genau. Bau einen Block über dir ab. Sehr gut, Toka. Läuft bei dir. Ja, ist bestimmt intelligent. Ich hab's noch rechtzeitig gemerkt. Ist ja nicht so, dass da ein Kies oder so. Nö, Quatsch. Wie komm ich auf die Idee? Hallo? Ich hab Eisen gefunden. Das ist auch gut. Wir sind jetzt auf der Diamantenhöhe. Wir sind auf elf. Eisenerz. Bruchstein. Aber kein Gold. Wir sind noch schon lang auf der Ding-Seite. Jetzt runter, ja. Also Eisen hab ich auch gefunden. Wischst du, Digi? Ach da. Ich buddle mich mal nach hier. Ja. Also, ja. Ich bastel noch mal die Öfen. Kannst du mal die Öfen hier hin basteln? Dann können wir das Eisen schon mal schmelzen. Dann können wir hier oben eine kleine Base basteln. Er möchte die Öfen. Nackt. Danke dir. So. Nackt. Wie viel Eisen hast du? Nackt. Äh, einiges. Ja, dann pack das alles so rein. Acht Stück, Digi. Lass uns aber immer so ein bisschen in die Richtung bewegen, wo wir weg vom World Boiler gehen. Das tun wir aber, glaub ich, grad gar nicht. Ja, ja. Doch, tun wir. Ja, ich buddle jetzt hier nochmal kurz. Ach ne, warte mal. Wir sind von da. Ne, wir buddeln uns eigentlich zu ihm hin. Ne, tun wir nicht. Natürlich. Wenn wir hier weiter buddeln, dann gehen wir wieder zurück. Warte, hier sind wir runter gegangen. Guck mal, ich sag dir mal, wo der Spawn ist, ja? Wo bist du denn? Von da kommt der World Boiler. Dann sind wir hier runter gegangen und hier links. Die Welt wurde gespeichert. Das heißt, der kam jetzt schon mal, glaub ich. Ne, wir müssen nach rechts buddeln. Da ist der Spawn. In die Richtung, wo ich grad komme. Ja, ja. Deswegen, hab ich doch gesagt, nach rechts buddeln. Falsche Richtung gebuddelt. Alles gut. Ja, hab ich doch gesagt. Aber nein. Er glaubt natürlich mir nicht, ja. Mach mal so drei Blöcke links von mir. Oder vier Blöcke links. Fünf, sechs. Sechs Blöcke links von mir. Bastel dich da mal bitte hin. Ja, so ganz am Anfang, oder was? Genau. Da bastelst du sechs Blöcke nach links und dann machst du einen parallelen Gang zu mir. Okay? Parallelen Gang zu mir. Hört sich. Könnte man falsch verstehen. Also von mir parallelen Gang, weißt du? Mhm. Und dann buddeln wir halt immer so ein bisschen durch. Zum anderen Gang und sehen uns auch ab und zu und so, weißt du? Hui. Ich mein, das kann doch nicht so schwer sein, ich hab Redstone gefunden. Das gibt auch nochmal gut Leben. Ja, bringt's aber gar nichts. Das gibt gut Leben. Hä? Äh, gut Dingens. Erfahrung. Sorry. Gut Leben. Ja, wenn es Leben geben würde. Oh! Oho! Weißweiß hat weniger Leben als ich. Oho! Also Weißweiß ist ein bisschen, äh... Ja okay, die sind wahrscheinlich auch nicht eingeschlossen, also... Ähm, Richtung Spawn, ne? Buddeln wir jetzt. Ja. Ich nehm mal die Öfen mit. Ich weiß gar nicht, wie lang ist eigentlich Farming? Äh, weiß nicht. Irgendwann hat, äh, Dominik hat gesagt, irgendwann saß da dann einfach ab nach oben. Okay. Alles klar. Na dann. Ich, ähm, baue mal hinter uns den Gang zu, ne? Ich hab irgendwie Paras, dass irgendwer uns findet. Ich seh dich. Ja, ich bastel mal hier so durch. Vielleicht findet man ja irgendwas. Ich hab nochmal Redstone. Kaputt. Kaputt. Aber ihr habt noch eine. Wow, wow. Wow. Was los, Digga? Was los, Digga? Ich hab übrigens die Öfen und alles von hinten mitgenommen, ne? Warum? Haha. Was? Ich hab's ja grad aus der Szene wieder Stein hängen gesetzt. Achso. Ich wollte aber eigentlich ne Fackel hinmachen. Übrigens, äh, ich hab hinter uns alles abgebaut. Die Öfen sind auch wieder bei mir. Jo, alles klar. Gut. Find ich schön. Läuft bei dir. Ähm, Digga hat auch Leben verloren mittlerweile. Und Dominik hat durch seine Paras echten Vorteil, ne? Mhm. Ich glaub, wir könnten uns sogar noch ein bisschen weiter nach unten buddeln. Ein oder zwei. Eins schon? Ja gut, dann machen wir das doch. Zwei rein nach unten. Oh, ich hab, ähm, hast du den Crafting Table? Warte, ich wurde nämlich mal kurz zu dir. Nein! Ich stell ihn dir hier hin. Oh nein, ich hab ihn nicht. Hä? War ein Witz. Oh! Bau ihn doch, stell ihn doch einfach hin! Nein! Ups. Siehst du, weil denn genau das passiert wäre. Kleiner Stricher. So, ich hab hier übrigens auch Öfen hingesetzt nochmal, für Eisen und für Fleisch. Ja, schön für dich. Ja, schön für dich. So und dafür... Also wirklich. Äh... Hä? Ach da. Give it to me, baby! Aha, aha! Zack, zack, zack! Oh, ich musste ja nachher wieder mit Musik unterlegen, die Scheiße hier. So ne Kacke! Voll schlimm, Digga! Also ich bin jetzt glaub drei nach unten. Eins, zwei, ne eins, ne zwei, drei. Ja, drei. Jetzt buddel dich mal genau rüber. Vielleicht treffen wir uns ja. Meinst du? Ja, guck mal hier. Guck mal, geh mal ein Stück zurück. Hallo! So. So. Gott! Gott, bin ich manchmal bescheuert. Wie hättest du schnell weg? 600 Meter oder 650 das Boot. Also wir sind jetzt bei Höhe 9. Ich glaube aber 11 ist so die perfekte Höhe eigentlich. Ich will einfach nur Dias finden. Oh, hier ist nochmal Redstone. Warum Dias, du willst Gold finden? Ja. Was bringen dir jetzt Dias? So, das kann alles weg. Das kann alles weg. Der World Border ist nicht hinter uns. Dias, 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 komm her, komm her, komm her. Hier, da. Aber ich habe keine Eisenspitzhacke. Was geht denn da ab? Warum donnert es hier? Gewitter. Diesmal sind wir die Ersten, die den Erfolg haben, Bitches. Lava. Nein, okay, Spaß. Wer hat es gefunden? Die Schweizer. Nein, der Topra. Gut, dann haben wir die Dias. Das ist nochmal nice, das ist richtig nice. Wie Flasche? Sechs Stück. Sechs, Alter. Da kann man ja richtig was reißen. Also jetzt könnten wir uns auch überlegen, irgendwie in Nähter zu gehen, oder? Dafür brauchen wir Lava und Wasser. Wir haben nicht eins von beidem. Warum soll man eigentlich den Scheiß eigentlich auch? Warum bist du da hingelaufen? Aber der Ding ist noch nicht hinter uns, der World Border. Das heißt, wir könnten eigentlich relativ entspannt sein. Hier, ich habe noch, Alter, wie viele Perkjobs wir haben? Ohne Witz. Ich google mal ganz kurz was. Nein. Verlass mich nicht. Verlass mich bitte nicht. Nein. Don't do that. Golderz trifft am häufigsten in den Schichten 5 bis 28 auf und nimmt in den Schichten 29 bis 31 Rapide ab. Und ab Schicht 31, 32 Geile zu finden. Also hier unten finden wir Gold auch hinten. Okay. Also hier ist nochmal Redstone, aber ich kann es ja nicht abbauen. Ja, warte, ich gebe dir mal. Komm mal her, komm mal her. Dann gebe ich dir die hier und mache mir eine neue. Okay. Kann man das Wetter seinen Maul halten? Wetter, der Hurensohn. Ach, warum sammle ich das denn ein? Bin ich bescheuert? Äh, erwartest du wirklich, dass ich dir die Frage beantworte? Ja, bitte. Warum kann ich nicht alles wegschmeißen? Mit Kuh. Was sollen die Grütze hier? Ja, drück doch Steuerung, Kuh. Habe ich. Geh nicht. Wollen wir noch ein bisschen nach oben buddeln? Ja, ne? Dann halt wieder nach oben. Okay. Ja, jetzt haben wir doch Dias. Jetzt haben wir das, was wir wollten. Nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Also 5 bis 28. Gut, wir sind jetzt auf 12. Lass einfach mal hier bleiben. Hier finden wir bestimmt was. Okay. Wenn Tobra das sagt, ja, genau. Wenn Tobra das sagt, richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. Die Fresse. Sag mal ruhig. Hast du auch gerade ein Skelett gehört? Nee. Doch. Ich höre ein Skelett. Ich höre es nicht. Ich höre nur dich bauen. Rechts von mir ist ein Skelett, glaube ich. Bist du das? Warte, ich höre es auch. Jetzt höre ich es, glaube ich. Oder auch nicht. Ab und zu. Ich bin jetzt übrigens wieder auf Höhe 12, gell? Ja, du bist relativ nah jetzt bei mir. Wow. Wow. Wo gehst du? Kannst doch mal zwei nach links buddeln, wenn du magst. Warum? Dieses Gewitter. Ich habe nochmal Redstone gefunden. Ich finde so viel Redstone, aber das ist halt nur für Level gut. Die Folge heute soll wahrscheinlich auch wieder länger gehen. Ich habe Eisen gefunden. Wo kommt es mir gerade irgendwie vor? Ne, jetzt sind wir bei 16, 30. Ah ja? 15 doch eigentlich, oder? Ja, aber ich habe ein bisschen später angefangen aufzunehmen. Ja, ich ja auch. Also sind wir ja schon länger, weil die anderen sind ja schon länger drauf. Ja, ich weiß es nicht. Lass sie machen. Ja gut, habe ich gesagt. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Also Eisen mangelt es uns gerade nicht mehr. Das ist sehr schön. Ich glaube, diesmal sind wir sogar ganz gut dabei. Wenn du PvP-Künstler hättest, dann hätten wir jetzt auch schon gewonnen. Ach, halt die Fresse, man. Eisen. Eisen, Digga. Eisen der Huren, so. Eisen, abo. Was ist schon schiefgelaufen in meinem Leben? In unserem Leben. Ne, nein. Für deins kann ich nichts. Fick dich. Ich will doch nur Gold. Ich will doch nur Gold. Ich baue nochmal einen nach oben. Ich baue nochmal zwei nach oben. Applaus, Applaus. Für deine Worte. Für deine Führungskünste. Für was? So, jetzt bin ich auf 14. Kleiner. Kleiner Hoden-Sack. Ich bin auf 14, ja. So, wie sieht es mit Leben aus? Hat sich nichts verändert. Ja. Nur dem Wetter sein Hurensohn. Wetter der Hurensohn. Ne, Wetter sein Hurensohn, weiss. Okay, so. So. Ich will jetzt nicht mit der Eisenspitze. Okay, Ragequit. Okay, gut. Achso, ja, dann... Dann nehme ich den Redstone hier noch mit und dann sagen wir schon mal... Ihr wisst ja Bescheid. Hier unten letzte Folge. Links, Social Media Links. Macht's gut, Leute. Pua! Pau! 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 Pau!